was geht was geht was geht ich hoffe ihr seid alle wohl auf ja also hey du hast mir den ganzen witz vorweggenommen geh noch mal kurz raus ich muss den witz erstmal machen hey alter wirklich ping maximum ja also leute ich habe mir was überlegt und zwar der mo hat vor zehn minuten geklingelt und er ist jetzt gerade auf dem weg von der haustür bis hier ins streamingzimmer aber da das haus so groß ist sollte er gleich kommen ja wer ist denn da so reingekackt und selbst wie war es auf dem weg hierhin sehr anstrengend hast du das golf caddy genommen ganz genau ja perfekt ich hab dir ein kleines mitprinsel dabei hast du du hast mir was mitgebracht was haben wir denn hier das ist ja besser als eine richtige bürken der inhalt wir haben hier die besten boxer der welt die ich noch mal in nachschub bekommen habe ins heißt m weil die fitten ja relativ slim kann man nie von genug haben da kann man wirklich nie von genug haben hast du montag paket fertig gemacht noch nicht noch nicht müssen erstmal den reißtest überstehen den reißtest machen mache ich dann mal heute also nicht on camera und danach kann ich gerne mal unterfragen ob der was haben möchte gut dann würde ich sagen fangen wir an bis heute nicht so gesprächig habe ich gemerkt ja du hast du am lesen schweigen und genießen so wir sind ready atlanta ok ich wusste nicht dass der kanal von inside talk nyc heißt oder sind die das vielleicht gar nicht erklärt es uns chat erklärt es uns wir skippen mal bis sie wirklich bei der haustour sind weil dieses geschreie hier schwer so two months ago we had an idea to see what it'd be like for all of us to live in one penthouse together in new york city new york city and literally out of nowhere bang we got the house we're so we thought okay gesponsert anscheinend von so einem energy drink schlau geworden ganz schlau platziert auch ja ja auch dass er bang heißt we got on stream and we packed our bags we said goodbye to the aim glaubst du er hat seine peso ross sachen mitgenommen muss auf jeden fall ja klar alles andere wäre ja dumm natürlich die natürlich auf peso klo einer der letzten posts kaisern hat den peso it wasn't until the day before we flew out we got the news we tried to call everybody we knew to see if we could find somewhere to stay somewhere we can sind ja schon viele das penthouse wird ja geisteskrank teuer ich glaube weiß nicht ob sich das für diesen bang energy drink überhaupt lohnt aber ist das nur für eine gewisse zeit oder ja ja safe wisst ihr wie lange leute dream in new york city and we got one the only problem was it was in the hood it's so funny right die bei den sommer meinten die okay für eine stunde her der kommt wirklich krass ey was ist hier ich möchte das haus sehen yo welcome man we finally did it i didn't think we was gonna pull it off but we did welcome to the a&p bang house let me show you around hey der hängt auch mit den rum ne der ist zu krass ja ich glaube kai hat den auch in japan oder so kennengelernt seitdem hängt er mit den ne ich glaube singapur oder korea oder irgendwo war das ach so ich dachte japan war das ja ok kann sein japan kann sogar sein ich weiß es auch nicht krass es ist schon Taiwan Taiwan ok 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 ajan we don't know why you sleep in there ray we're gonna put you somewhere better bro underneath the staircase is kinda crazy first thing we got oh who's that for yo it's my boy car stk man you got only the fun hey da waren wir noch essen bei stk in l.a. in vegas ah ja das war aber übelst laut der lager jaja ok you can send it off his room's that side let me show you the amenities man die türen auch sehr swaggy die sehen sehr luxury aus that's dusty bro who's in chat that could be one or two what is that about nein in japan getroffen aber ray kommt aus taiwan ok hey they not getting that food back man let me show you this part of the house over here alright so i opted for a smaller bedroom we'll get to those in a second because i want my stream Alter das sieht aus wie diese Videolocation von Aparatt in Dubai vielleicht ist das die selbe you set up to be right here gang first of all there's hello furnishing there's lots of boah sehr viel Tageslicht in uns vor allem sehr übelst krank einfach keine Außenwände nur Fenster heftig das kommt schon wirklich sehr gepflegt face i got my bang fridge right there boah übelst geil so'n bang kühlschrank warum haben die das eigentlich so oft da ich weiß es auch nicht ich glaub den schmeckt das einfach am besten and most importantly you got the big old desk setup and i'm getting views of manhattan der kommt schon wirklich da in stream ja da in stream oh i'm not gonna lie this is a dream come true i'd like just to be able to sit here to stream and this what i get to look out on there's a terrace that encompasses the boah krass übelst heftig what the fuck einfach so regen hat da auch keine chance ist das ein spiegel oder geht das da so weiter ich ne das geht weiter sonst würde man die Kamera ja sehen das sind so ich glaube 630 Quadratmeter circa also ernst jetzt ja das ist crazy es ist 2 different stories and 30 million dollars war nicht genau das mal auf architectural digest ich weiß es nicht 30 million that's a pretty big number isn't it double o hey listen man hey we're here for the whole summer and come through come through come through okay for the whole summer hey this is where all the important die stühle sehen lockier aus so wie bei uns mhm also bei mir nicht also wir führen keine wg yep jetzt ist das alles straight hey you can see what's gonna happen alright the A&P dining room i'm gonna be honest bruh we're never gonna use this but still very nice okay we got the nice 360 views of New York we'll get to that later but let's go upstairs okay two stories ladies alter das ist auch nice mhm so ne Wendetreppe meinst du ja voll ähm Maisonette mhm plus dass die Türen dieselbe Struktur haben wie die Treppe komm du komm du warum ist das so ein romantisches Bett w h h h h t w h the f r k is this i have no fucking space this room is boring fucking fucking eighty year old kid if i ever wanted to bring her понимahahaha das sieht aus wie im kinderzimmer vielleicht ist die Bes immersion nja kann wirklich sogar sein, dass ´s dafür angelegt ist Ich geh ins Büro. Ich hab einen Büro. Ich hab einen Büro. Hey, ey, du willst einen Büro? Es ist zu weit. Wir haben einfach draußen einen Basketballkorb. Das ist schon crazy. Auf dem Balkon, du weißt so krank. Bro hat noch niemals einen Rammstein-Zong gehört. Ja. Sie sieht locker hart aus. Das ist tief? Ja. Das sind ja Canvas-Tiers. Den selben Cutter wie Pumping Monkey, ne? Ja. 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 Stell dir vor, Alter. Du badest da einfach so mit Duke Dennis zusammen. Das wäre unfassbar schön. Das wäre ein Träumchen. Das wäre wirklich ein kleines Träumchen, ja. Ne, aber übelst heftig. Ja. 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 afraid. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Da Nevits! wenn die so zusammen, so eine Group sind und so jeder streamt, dann wäre ja eigentlich voll sinnvoll, wenn die so schichtweise das machen, damit jeder wächst, anstatt, dass die alle abends live gehen oder so, weil dann nehmen die sich ja so voll die Viewer weg. Da können ja gar nicht raiden, theoretisch. Stimmt, ja gut, einer, der zuerst offline geht, kann ja die anderen raiden. Oder machen die das so? Aber voll oft ist das ja so, dass der Kollege, der eben mal reinrennt, damit er den Tags... Der ist ja auch voll oft so on stream, dann zeigen die halt seine Perspektive, während er so grad am streamen ist. Also ich glaube, die streamen schon gleichzeitig. Ja, schon krass. Was ist das coolste? Let me show you. You see that button? Hä? Hä? Why the fuck did I only do it for... Do I only have one line? Die machen meistens immer zusammen Content, aber streamen alleine. Ja, ja gut, das war ja nicht die Frage, mein Lieber. Hey! Welcome to my side of the quib. Your boy KC3 with A&P in the panty. Pull up, pull up, pull up. Ja, das Luxusviertel hat der bekommen von der Wohnung. Peyton, this painting is actually from Tobey Maguire himself. It goes for about 80.000 dollars. It is called... Ich glaube nicht. Cement. Average Pocodomene. Äh, Bild. Put up to my room now. When you walk in, you got a beautiful mirror right there. You feel what I'm saying? Walk in closet. It's not even done life. You look around real quick. I got stuff on everywhere. You feel my sneakers is everywhere. Cologne everywhere. Juice everywhere. Mmh. Mmh, Inizio, oder was? Mmh, super. Febree ist auch, ganz wahrscheinlich. Ja, der kommt ganz krank. All that, like... Oh, let me show you something, though. This is Master Prestige... ...butters. Come on now, bro. Early wave. Early wave. Die war schon früh da, diese Wave. We in New York, bro. Now! Look at my room, look at... Das Haus ist einfach so groß wie Justins Keller. No joke. Same. Look at my room, look at my room! Das sieht wirklich sehr krass aus. Master Bedroom, your boy KC3 got the... Übelst heftig. Kennst du Leute, die so suchen würden, na, irgendwie der Fernseher, der wäre mir persönlich jetzt so zu groß irgendwie so dafür. Herr Schornberg, Sie sind zu fortschrittlich für diesen Laden. Master Bedroom. You wanna know what I love so much about my A&P Brothers? Ach, diese Säulen und so, heftig. Das sind so crazy. Sondern... Nee, komm, ich sag's jetzt nicht. When we have to pick the rooms... Ich weiß, worauf du hinaus solltest. Was denn? Mit der Säule? Geht das so ein bisschen mehr um die Form, oder? Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auch ne große, weiße Säule im Stab. I didn't even choose. They automatically say, you know, Kai likes space for his dreams. He likes to have a very spacious time. Let's go ahead and give Kai the Master. I got my desk over here. This is not Zaza. This is regular grass, okay? Listen, this is not Zaza. This is not no weed. This is regular grass, okay? There he got my... So eine Schüssel, Gras im Schlafzimmer, das ist einfach ein Träumchen. Bro ist kein Wiederkäuer. You feel me? Look at all the bang in there. Look at my PC from New York. It says Casanac. I got the flowers... Alter, das sieht mega heiß aus. Das ist auch original so von Murakami. Ja, ja. No joke. Ich finde sogar das hier, also Hochhäuser zu sehen, ist lowkey fast schon härter, als auf den Hudson River zu schauen. Hudson, ja, Hudson River ist der Fluss, der du schon... Genau. Sehen wir gleich bei jedem besser. Weil seine Aussicht hat so einen River. Ja. And I'm looking over Gotham, and it feels so good. This is the life that I wanted to live, when I was growing up in New York. I was in the Bronx. When I came to school, I seen people in Manhattan having fun, and I never had fun. But now, we have it fun. Wow. Glaub ich. Das sieht richtig heiß aus. Lowkey sieht das übelst aus... Ich weiß so. ...wie mein altes Schlafzimmer. Ja. Ey, warte. Wow. Wieso, bei dem hast du denn mein altes Schlafzimmer? Ich kenne dieses Zimmer so gut. Ich habe es aber leider nur immer dunkel gesehen. Ich kenne das ganz gut. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist krass. This is my girl from Alexis. Um, don't ask, what we be doing at night. But just know, she think it's fucked. Okay? You feel me? Love you, babe. Mhh. Das schmeckt. Du hast den wunderschönen Baddorf. Automatisch ist das schon krass. Ich hatte so ein Ding mal in Bangkok. Okay, und? War heftig? War nice, ja. Aber in Bangkok brauchst du jetzt nicht so ein Heated Seat, oder? Da sind noch ein paar andere Funktionen dabei zur Hygiene. Einer denkt Vesuv. In Japan hat es in jedem Hotel. Read a book, Bro, liest keine Bücher. Bro, hängt wie jeder von uns einfach nur auf TikTok. Oh, das ist fertig. Einfach zwei. Das ist so crazy. Warum ist das so? Ach so, das ist so eine Wendel-Kleiderstange. Mhm. I don't know. But look, y'all know I read books. Got the book right here, you know? You know, look. We got the Hermes, got the Gucci and all that. You feel me, we got the towels. You might be wondering, whose suitcase is this? I'm a W-Man. You know, we got Ray Potter downstairs. Ray Potter sitting below the steps. So, oh shoot. He got his clothes and my stuff. You know, I'm a W-Man. I'm a W-Man. Ich dachte erst mal, das wäre der Typ, der das Essen geliefert hat. Ich fand auch so ein Mitarbeiter von diesem STK. Ja, dachte ich auch. Oder halt so Uber Eats oder so. Du warst nämlich sehr förmlich. Ja, ja, deswegen. Vielleicht ist das einfach. Es gehört ja auch zum Sport. So, like he don't know. This is the Butler. Aha. Was? Was? Ich hab bisher noch vor zwei Tagen ein Video von Tomatolix gesehen. Ja. Wo er auf so einer Butler-Schule ist. Ja. Schon sehr, sehr crazy, die Ausbildung. Also, auf was die da alles achten müssen. Ja, safe. Immer wenn ich mit Andre rede, dann ... Also, bekommt man auch immer so mit, wie viel Druck die hatten auf der Schule. Jetzt kommt's. Welcher Andre? Unser Butler. Ach so, der Andre. Okay, okay, okay. Der hier zu Hause irgendwo rumschwirrt. Ich hab ihn aber schon so lange nicht mehr gesehen da. Der ist schon sehr, sehr weit entfernt. How so big I haven't seen my boys in two days. We got Bantams Park. Yo, Bantam! Hey, yo! What's the word, man? Yo, beat the room. Beat the room. Nachts kommt das ja auch krank. Ey, diese hohen Decken in einem Hochhaus sind schon crazy. You see me in the Petty, man. Yo, chat. And you see the PCs. First of all, shout out to Power GPU. Investor for supplying older PCs. If you want a PC just like this one. Yo, stay in tune with the A&P social. You might just win one. Pull up though, pull up though. Yeah, die Küche kommt natürlich als erstes bei Fathom, ne? Da Scheiben putzen. Ja, ja, der kommt krass. Y'all know my favorite part of the crib, man. It's the kitchen. It'll always be the kitchen. Respectfully, though. Weißt du, was Fahle oder ist die Küche nur für ihn? Ähm, ich weiß nicht. Der meinte, next to my room is the kitchen. Cause I'll be in the kitchen all time. Respectfully, though. We got the microwave with the ovens, right? We got the iron bar. You ain't never seen an iron bar like this one. Hold on, make a big... Ah, das Grüne. Also in Norway schlechtreden. Das sind übelst krank. Ich würde die Wohnen auch so nehmen. Aber das Grüne, warum? Warum? Was hat der Architekt sich ja mal gedacht. Ich finde, der hat bisher die beste Energy. Ja, der ist sehr aktiv. Ja. Also ich finde, der am sympathischsten ein Video am aufnehmen. So Locky zugänglich. Ja, genau. No sexual. Oh. Jaaaah. Pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up. Schon sehr, sehr nice verband, Alter. Ja, draußen ist krass. Ey. Gehst du dieses Jahr noch nach Al A? Yes, Sir. Very bald. Very bald gehe ich da hin. Last one down there? Some mad shit. Fast as fuck, boy. I'm tired. I'm tired. Look at the lighting. Look at the lighting. Look at the lighting. I mean wow. Look at this shit. Look at this shit. Look, look. Look. Soccer, Baseball, all type of shit. Einfach Adresse geliegt. No. Theoretisch könnten Leute einfach vor der Maus warten. Am I gonna go play with them? Hell no. You know what I'm saying? Too much exercise for me. Refresion. We got these bum ass niggas playing basketball. You know the lady? Yeah, nigga. Look at that. Wie das aussieht wie eine Fototapie ganz krank. Let me bang my head real quick. Bang up, baby. Unten sind nur Security. Ja klar, aber irgendwann sind auch keine Security mehr. Und wenn die irgendwo hingehen zu Fuß, dann könnte man ja warten, wenn man mit denen Pick machen will oder so. Bang. Bang. You see that. Okay, ich glaube das war's. Grob von der Roomtour. Ja, sehr, sehr stark. Übelst stark. Was würdest du raten? Live or Skip. Live or Skip? Nicht so wohnlich wie die Katana Crip, aber... Mit den Maggi Dings auf dem... Ne, das war schon ein anderer, der hatte so einen Katana. Ach so, ja, wo der so Axt und so... Genau. Aber trotzdem auf jeden Fall live. Ja, ich würde auch, ganz knapp würde ich noch einen live geben.